Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC Deutschland. Heute sprechen wir über den DAX. Da gab es in den letzten Wochen ja viele Ausschläge nach oben und nach unten. Mitte August hatten wir das letzte Allzeithoch bei 16.030 Punkten. Diesen Monat ist dann sogar die 15.000 Punkte Marke gerissen. Wie Anleger sich jetzt beim DAX positionieren können, darüber spreche ich mit Christian Köker von der HSBC Deutschland. Hallo Herr Köker, schön, dass Sie da sind. Ja, was sagen denn Experten? Wie kann man sich denn bei den aktuellen Entwicklungen beim DAX positionieren? Ich glaube, es ist jetzt gerade eine gute Frage, wo geht es eigentlich weiter? Und wir sehen ja eben, dass wir uns in diesem Spannungsfeld bewegen, was wir auch schon angedeutet haben in der Anmoderation zwischen 15.000 und 16.000 Punkten. Da sind wir jetzt schon sehr, sehr lange in einem Seitwärtsmarkt eigentlich eingekehrt. Man muss eigentlich sagen fast unbemerkt, denn die lange Phase der immer weiter steigenden Kurse hat Anleger so ein bisschen auch, sage ich mal, sehr stark beruhigt oder auch sehr zufrieden gestimmt. Aber man merkt eben jetzt, dass das Ganze so ein bisschen wegbrückelt und man sich vielleicht eher darum Gedanken machen muss, hält denn diese 15.000 Punkte Marke noch, als dass es weiter nach oben geht. Und das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass vielleicht gerade die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen, sondern dass man sich vielleicht überlegen muss, muss ich mir jetzt vielleicht eher mal Gedanken darüber machen, meine Schäfchen ins Trockene zu bringen, die Gewinne, die vielleicht hier auf diesem Weg hierher aufgelaufen sind, zu sichern, als dass ich jetzt vielleicht noch immer weiter nach oben schiele. Mit welchen Impulsen ist denn jetzt beim DAX zu rechnen? Naja, man muss natürlich sehen, wir haben jetzt immer mehr negative Nachrichten, die irgendwie stärker wahrgenommen werden. Also wir reden jetzt nicht mehr nur über die Inflation, über die wir seit einigen Wochen sprechen, sondern wir reden jetzt noch stärker über die Gründe dafür, nämlich über das Thema Energiepreise. Das fängt jetzt auch so langsam an bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, sich per Portemonnaie bemerkbar zu machen. Man merkt es an der Tankstelle, man merkt es jetzt bei der Gas- und Ölrechnung für die Heizkosten, die man da im Heim hat. Und das führt vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass Anleger anfangen, so ein bisschen weniger Vertrauen zu haben. Gleichzeitig sehen wir, dass das Thema Lieferketten irgendwie problematisch wird. Das heißt, das greift dann auch irgendwann auf die Industrie über. Und ich glaube, das sind so Faktoren, die einen dazu führen sollten, eher auf der Unterseite sich umzuschauen und vielleicht eher zu überlegen, kann ich Positionen, die ich im Markt habe, sei es über Aktien, direkt über klassische Fonds, vielleicht auch mal tauschen gegen Investmentprodukte, die weniger risikobehaftet sind. Und was für Produkte wären das? Ja, ich denke da natürlich an Teilschutzzertifikate, wie beispielsweise Discount-Zertifikate oder Cap-Bonus-Zertifikate, die es eben ermöglichen, dass, wenn wir eine Fortsetzung dieser Seitwärtsphase haben, die wir jetzt vielleicht schon seit einem halben Jahr sehen, nicht nur einfach, ich sag mal, plus minus null rauskommen, sondern idealerweise in einem solchen Marktumfeld trotzdem weiter positive Renditen erwirtschaften können. Das Ganze funktioniert auch nicht nur im Seitwärtsmarkt, sondern vielleicht auch sogar, wenn der Markt mal eine echte Korrektur hat. Denn das, was wir hier sehen, sind ja immer sehr, sehr moderate, kleine Kursrücksetzer, muss man sagen, die noch niemandem wirklich wehgetan haben. Ja, wenn man dann ein etwas größeres Bild vielleicht auch mal aufzieht, dann wird man sehen, dass wir in der jüngeren Vergangenheit natürlich noch mit viel, viel größeren Rücksetzern zu kämpfen haben. Und dass wir eben hier mit Produkten sozusagen bewaffnen, die auch mal einen 10, 20 oder 25-prozentigen Kursrückgang überleben und trotzdem nicht nur mit einer schwarzen Null, sondern idealerweise vielleicht auch mit einem kleinen Plus rauskommen. Sie haben uns ja auch heute ein solches Produkt mitgebracht. Können Sie uns was zu den Konditionen, zu der Funktionsweise sagen? Ja, gerne. Also wir haben hier ein Cap-Bonus-Zertifikat auf den DAX. Also wer, ich sag mal, im deutschen Aktienmarkt investiert ist, könnte jetzt zum Beispiel überlegen zu sagen, diese Position verkaufe ich und ich ersetze die zum Beispiel durch ein solches Cap-Bonus-Zertifikat. Ich habe mich hier bewusst mal in diesem Beispiel für ein Produkt entschieden, was eine überschaubare Laufzeit von einem knappen halben Jahr nur hat. Also vielleicht diese schwäche Phase jetzt über den Winter zu überwinden. Und wir sehen eben hier, dass dieses Produkt einen Abstand zur Barriere von etwa 28 Prozent hat. Das heißt, Kursverluste des DAX ist von bis zu knapp 28 Prozent schluckt, ich sag mal, dieses Produkt im Grunde genommen weg und ermöglicht es, wenn eben dieses Ereignis, dass diese Barriere, die wir hier bei 10.900 Punkten haben, während dieser Laufzeit niemals berührt wird, dann erziele ich mit diesem Produkt eine PA-Rendite von über fünf Prozent. Das heißt also, selbst wenn der Markt 20 oder gar 25 Prozent mal korrigieren sollte, das heißt, wir reden über Notierungen unter 12.000 Punkten bis hin zu 10.900 Punkten, dann führt es eben trotzdem dazu, dass ich in fünf Monaten mit einem Plus bei diesem Produkt dastehe. Und das ist natürlich etwas, was jetzt vielleicht, wenn ich unsicher bin, ob diese Rallye weitergeht oder jetzt irgendwann langsam aber sicher versandet, eine gute Möglichkeit ist, vielleicht einfach einen Tausch vorzunehmen. Und wenn man jetzt die Vorteile und Nachteile abwägt, welche Chancen haben Anleger mit dem Produkt und was für Risiken könnten auftreten? Ja, so ein Nachteil ist natürlich erstmal, dass ich auch bei dieser Rendite gecappt bin, wie es der Name des Produktes auch schon vermuten lässt. Das heißt, mehr als die 5,29 Prozent PA kann ich da nicht rausholen. Das heißt, wenn wir dann doch wieder auf 16.000 oder 17.000 Punkte steigen sollten, dann hätte ich im Grunde genommen im Nachhinein vielleicht den Tausch bereut. Gleichzeitig muss ich natürlich sehen, dass wenn dieser Risikopuffer doch aufgezehrt werden sollte, das heißt, der DAX unter 10.900 Punkte fällt, dann habe ich natürlich hier auch einen Verlust erlitten, der im Grunde genommen wie dem Direktinvestment zu sehen ist. Also dann habe ich möglicherweise auch 30 Prozent Verlust. Und wie bei Anleihen und immer bei Schuldverschreibungen jeder Art, muss ich eben auch bei so einem Cap-Bonus-Zertifikat das Emittentenausfallrisiko beachten. Das heißt, wenn der Emittent hier HSBC, seine Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen könnte, dann wäre das eben nachteilig für die Anleger. An welchen Anlegertyp richtet sich das Produkt? Ich denke, das richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die eine gewisse Kapitalmarkterfahrung haben, also die schon mal im Aktienmarkt irgendwie unterwegs gewesen sind, die aber, ich sag mal, risikoavers sind, also die gewisse Risiken reduzieren wollen und die es nicht nötig haben, vielleicht auf 20 Prozent PA zu schielen, sondern die sagen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 5 Prozent zu erzielen, ist mir wichtiger, als mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit vielleicht 15 Prozent zu erzielen. Und wenn unsere Zuschauer jetzt sagen, das Produkt finde ich total interessant, wo kann man dazu weitere Infos finden? Ja, man kann natürlich auf hsbc-zertifikate.de sich mit der Eingabe der WKN auch nochmal genauer informieren und auch die Produktunterlagen anschauen oder auch einfach bei uns anrufen, wenn es noch Fragen zu dem Produkt gibt. Denn das sollte man natürlich immer machen, wenn etwas unklar ist, erstmal noch jemanden konsultieren, der einem dabei helfen kann. Christian Köker, vielen herzlichen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, das war die aktuelle Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC Deutschland. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. BRibel Westerул2 kann auch nicht f fiancasisch über Eingabe der Anlage. om So gaat longtemps. Bis zum nächsten Mal. IR fertilisieren. Super beau gemacht!